ja metal leute der 26 august 2022 ist die kerber gestartet in emskirchen und unser kalorien kardinal ist dort aufgetaucht ja das waren echt paar tage richtig hammer auf jeden fall gab es dann eine kleine mündliche eskalation zwischen demjenigen ohne besucher und ja jetzt jetzt werde ich bisschen mit derjenige hat dann am 29 8 sich von einem rettungswagen abholen lassen er konnte selbstständig einsteigen er hatte nichts er war da ein sehr fitter mensch am ersten neunten ist er dann entlassen worden ja zum glück ist da nichts schlimmes passiert dass der rettungswagen irgendwo anders gebraucht worden wäre ja und dann noch paar tage vollpension sage ich mal da fehlen mir die worte da werde ich wieder aggressiv also dann mittel auf leute